Hallo und herzlich willkommen zu unserem Update am 20. Mai. Heute ist Mittwoch. Es gibt gute Neuigkeiten. Ab dem nächsten Mittwoch, dem 27. Mai, wird es wieder Gottesdienste hier im Saal, wo ich stehe, geben. Das heißt, alle Gottesdienste Mittwoch, Sonntagmorgen und Sonntagabend werden hier stattfinden. Wir haben ein Hygienekonzept, das ist ab dem 25. Montag auf der Webseite verfügbar und ab 25. wird dort auch ein Link verfügbar sein, wo man sich registrieren darf, um zum Gottesdienst zu kommen. Weil wir nur eine bestimmte Anzahl erlauben dürfen hier im Saal, so ungefähr 60 Personen, muss man sich registrieren. Das heißt, wenn du kommen willst, an einen Mittwoch oder an einen anderen Gottesdienst, dann registriere dich bitte ab 25. über die Webseite. Der Mittwochsgottesdienst wird mittwochsabends hier stattfinden. Bei den Sonntagsgottesdiensten ist es etwas anders, weil wir hier aus dem Raum keine Möglichkeit haben, live zu streamen, wollen wir die Gottesdienste an einem Tag davor aufnehmen, um sie dann zu den regulären Zeiten am Sonntag zu streamen, damit die, die nicht kommen können, auch dabei sein können. Das bedeutet, die Aufnahme für den Sonntagsmorgensgottesdienst, wo du kommen kannst, findet am Samstagnachmittag statt und die Aufnahme für Church at Five, wo du kommen kannst, findet am Freitagnachmittag statt. Wir freuen uns, euch zu sehen. Bis dann, auf Wiedersehen. Wir freuen uns, euch zu sehen. Untertitelung des ZDF, 2020